Was ist denn los mit dir? Nichts. Komm schon, red mit mir. Ich weiß es nicht. Ich habe einfach das Gefühl, es wird nichts mehr. Wie meinst du denn das, es wird nichts mehr? Mit was wird nichts mehr? Mit allem. Mit uns auch. Ich wollte es dir eigentlich nicht sagen, aber... heute steigt das ganz große Ding. Ich habe dir doch mal von dem Postauto erzählt. Weißt du, dass das ganze Geld transportiert? Tja, das schnappen wir uns heute. Das ist doch gefährlich. Das ist ein Kinderspiel. Dann haben wir genug Geld. Dann können wir dir Kleider kaufen. Und Pelzmäntel. Und Brillanten und so ein Kram. Und dann können wir heiraten. Ich habe mir sogar schon alles ausgemacht. Und Sissi und Freddy Borchardt geben sich die Ehre. Liebst du mich? Ja. Und? Das war die Wahrheit. Ich dachte, wenn er das für mich tut, dann ist er mein Mann. Mit ihm verheiratet zu sein, wäre bestimmt eine Menge Spaß. Jedenfalls besser, als mit seinen idiotischen Freunden rumzuhängen. Vielleicht sagen Sie jetzt, ich hätte ihn zurückhalten sollen. Aber das kam ja gar nicht in den Sinn. Ich dachte einfach, der Sch... igo